Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Mit welchen Kräften, mein Führer? Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Das ist ein Versager, das ist ein Schmarratzer. Da! Krebs. Ich glaube! Mein Führer, Steiner. Holen Sie mir ein Fegelein. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Ich will sofort zum Bericht! Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Das bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Oh, mein Gott, ist das einfach gekommen! Der Militär hat mich verlogen! Jener hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederprechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, nur um zu lernen, wenn man Messergabel hält! Jahrelang hat das Militärmölle Aktionen nur behindert! Es hat mich gegen den Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, um da alle Höroffiziere liquidieren zu lassen wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Die Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich bewaltig! Eher jagle ich mir eine Kugel durch den Kopf! Er wird sie mir verlass, und dann schnapp! Aber wenn sie mir nicht genau ist, die Befehle sind. Sie haben eine Kugel-Appzei, aber sie haben vorgegangen müssen. Sie sind die Mutter gerne in die Kugel-Appzei? Sie sind die Bühne aus der Kugel-Appzei? Sie sind die Bühne ausgleichbar. Sie sind die Reading-Appzei? Sie sind die Möglichkeit, Vielen Dank.